Und die ganze schöne glänzende KI, die wir heute haben, die wirkt auf uns magisch und es wirkt so, als würde aus dem Nichts was entstehen, was plötzlich total fähig ist. Aber da steckt ganz viel menschliche Arbeit drin. Wie lernen Maschinen im Gegensatz zu Menschen? Können historische Zeitzeugen durch künstliche Intelligenz ewig leben? Und welche KI-Tools bewähren sich wirklich im Unterricht? Das heißt, wir müssen uns nicht Gedanken darüber machen, wie mache ich jetzt Schule mit KI, sondern was macht KI mit Schule? In unserem Podcast Werkstattgespräch zu KI und Bildung treffen wir Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Disziplinen. Aus IT, Geschichte, Schule, Politik, Journalismus und Forschung. Mit ihnen allen sprechen wir darüber, wie sich Bildung durch künstliche Intelligenz verändert. In jeder Folge möchten wir, Filinianus und Nina Heinrich, klare Antworten bekommen, die ihr für eure Alltagspraxis nutzen könnt, um gemeinsam eine informierte Haltung zu künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Werkstattgespräch zu KI und Bildung ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ab 5. Oktober, überall da, wo es Podcasts gibt.